So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Skyblock. Im letzten Part haben wir uns hier schön lang gegraben bzw. lang gebaut bis zu dieser kleinen Insel. Und jetzt schauen wir mal rein, was da dort drin ist. Oh, 10 Obsidian, eine Melone und ein Kürbiskern. Oh yeah, das ist eine sehr freudige Nachricht. Und hier, vielleicht können wir noch den Sand abbauen. Nein, da fällt alles runter. Oh mein Gott, das war schlecht. Und da ist er weg, schade. Vielleicht können wir noch die Truhe retten, irgendwie. Wann noch was drin? Warte, Moment. Oh, okay, nächster drin. Abbauen, 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 vielleicht kommen wir noch an die Truhe hier ran. Nein, sieh, sieh, weg. Okay, gut, dann lasse ich mal den Pfad ja da. Ich kann noch, ich kann noch spründen. Sehr gut. Ja. Dann haben wir jetzt 10 Obsidian. Packen erstmal alles in die Kiste hinein. Dann müsste ich mal gucken, ganz kurz. Das seht ihr jetzt, glaube ich, gar nicht. Und zwar, gehe ich mal hier auf Desktop, scrollen wir mal ein bisschen runter, gehen wir hier auf YouTube, Minecraft, Skyblock, Aufgaben Skyblock. So, bau ein Haus. Das haben wir auch erledigt. Das ist sehr gut, das können wir gleich abhaken. Bau eine Melonenfarm, das können wir jetzt auch machen. Bau eine Kürbisfarm, können wir auch machen. Einen Ofen können wir auch gleich bauen. War ich nicht irgendwie mal was mit Obsidian? Ich weiß ja nicht. Ha. Moment. Bau und beleuchte ein Netaportal. Okay. Mache dir 30 Steinstufen. Das hätten wir dann auch damit erledigt. Mit dieser kleinen Aktion. Ja, ja. Ähm. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt an die nächste, ähm, Mission erstmal. Ähm. Bau einen Ofen. Danach baue eine Melonenfarm. Und danach baue eine Kürbisfarm. So, speichern. Danke. Danke. So, dann würde ich sagen, ähm, basteln wir uns mal eine, ähm, Holzhacke-Dingens-Bummens. So, danke. Ähm, und nehmen mal den Melonsamen auf. Da kriegen wir einen Melonenkern raus. Und jetzt müssen wir natürlich abwägen, wo ballern wir... Oh, da ist schon der nächste Baum gewachsen. Und diesmal ohne meine Mithilfe. Das ist richtig nice. Sehr schön. Also hier ist ein guter, äh, Punkt zum... Hoch. Oder auf mein Handy schauen. Auf mein Timer. Oh, ich hab das schon wieder nicht gestartet. Was ist denn da für eine Scheiße? Also wirklich, vergesse ich jedes Mal. Ähm. Aber jetzt erstmal schön, ja. Bölme fällen. So. Okay. Das ist also scheint eine ziemlich gute Stelle, äh, zu sein. Ich würde sagen, wir bauen hier das in der Nähe. Also unser... Fältchen, weil da oben ist ja Wasser. Und dann wird das automatisch bewässert und so weiter. Gucken. Ist das jetzt nass oder nicht? Oder ist das woanders? Moment. Hoch, da ist Stein. Äh. Okay. Also hier geht das einigermaßen, also hier können wir was hinbauen. Das ist sehr schön. Da können wir schon mal, ähm, Melonen kann farm hinplannen. Alter, das geht auch nicht. Scheiße. Vielleicht hier. Weil da ist ja das Wasser direkt da drüber. Ah, dass es schon eingefroren ist. Das dürfte mal nicht eingefroren sein. So, jetzt vielleicht. Oh. Sehr schwer, weil wir haben nämlich nur einen Kürbiskern und das ist blöd. Mal die ganzen, äh, Setzlinge hier. Wir pflanzen auch die nächsten da hin. Und dann müssen wir mal gucken. Okay, das bleibt bewässert. Was mit dem hier? Ähm, eigentlich theoretisch. Warte mal. Tschung. Hallo. Mäh. Danke. Ähm, okay, das wird bewässert. Theoretisch könnten wir, wenn wir hier, äh, diesen Block hier abbauen. Und hier ein Loch machen, dass es nach unten fließt. Ähm, könnten wir das dann so machen, dass es dann, ja, runter fließt. Ich weiß, ihr habt jetzt überhaupt nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe. Aber, ähm, warte, so. Ich mache jetzt einfach mal was. So, wir gehen jetzt erstmal, jetzt zur Truhe. So, ich packe jetzt mal das hier alles weg, bevor ich hier meinen wackhalsigen Scheiß alles mache. Und mein Handy ist schon wieder aus dem, äh, meinen Fass. So, ähm, und zwar, okay, der, oh, wir haben so noch gekriegt. Wahnsinn. Zack, der weg. Da haben wir auch noch gekriegt. Es läuft jetzt hier nämlich runter, so. Jetzt wollen wir nicht aufpassen. Ähm, und zwar können wir jetzt nämlich hier, da an der Seite, äh, unsere Curbisfarm machen und gleichzeitig auch unsere, äh, äh, Melonfarm. Warte, das kommt alles weg. Zack, zack. So, danke. Ähm. Läuft es jetzt in zwei Richtungen? Ja, gut. So, dann basteln wir hier rum jetzt unsere Farm. Ähm, Moment. Geht das? Der hier müsste noch aus Erde ein Erdberg haben wir noch. Na, da brauche ich noch meine Hacke. So, mehr Hacke. Flimp, danke. Okay, ab hier beginnt dann sozusagen Stein. Okay. Zack, zack. So, das ist jetzt bewässert, das ist sehr schön. Wir kommen jetzt hier, Melona, hier, Curbis, right? Yes. So. Beschriften brauchen wir das, glaube ich, gar nicht. Wir wissen ja, was, was ist. Hoffentlich. Und ich hoffe, die beiden bleiben jetzt auch bestehen. Aber das dürfte ja nicht sein, weil es ist ja gut bewässert und das dürfte machbar sein, ne? So. Dann. Würde ich sagen, gehen wir unserer Lieblingsbeschäftigung nach Cobblestone-Farm. Kann man ja nicht viel machen, jetzt warten wir natürlich jetzt einfach nur noch. Oh, schon ein Ding gewachsen, das ist sehr schön. Wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass jetzt... Ähm, ja. Die ersten Melonen sprießen. Und da werde ich mich wahrscheinlich wieder mal, ähm, AFK... Hier in die Welt stellen und warten, bis das denn gewachsen ist. Und dann haben wir jetzt eigentlich auch schon... Ah, wir könnten noch einen Ofen backen, äh, Ofen bauen, Ofen backen, genau. Äh, das werden wir auch gleich mal machen. Haben wir nämlich schon acht Dinger. So, da nicht runterspringen, das wäre dann uncool. So, ähm, dann würde ich sagen... Nein, das nicht öffnen. Nein. So. So. Haben wir jetzt die Melonen-Farm erledigt. Die Kürbis-Farm erledigt. Neun. Erledigt. Schreibt man so. Ähm. Einen Ofen bauen. Das schreibe ich schon mal hin. Das machen wir nämlich jetzt. Erledigt. So. Speichern. Zack, zack, zack. Ähm. Wachs, meine Pflanzen. Wachs. Muhahaha. Ähm, das war schlecht. So. Zack. Ofen ist da. Dankeschön. Bitteschön. Sehr schön. Und weiter geht's. Döp. Döp, 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 döp. Und ich werde mich wahrscheinlich auch gleich mal in, äh, die Tiefe stotzen, weil wir haben... Fast keine Keulen mehr da bei dem Hunger, bei der Hunger, äh, Anleiste, Leiste, bei der Hunger, Leiste, bla. Ähm, ja, also wir haben schon ein wenig Hunger. Und hier gibt's doch leider kein Essen. Außer dann später noch, ähm, die Melonen. Das wäre dann wahrscheinlich unser erstes und einziges, einziges, ähm, Nahrungsmittel werden. Jopp. So. Okay, Wachsebaum. Hier gedeiht auch alles, das ist sehr schön. Zählt man gar nicht mal am Baum, aber... Okay. Oh mein Gott, mein Gott Nein, 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 nein Komm her, komm her, komm her, komm her Scheiße, 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 komm her Okay, das ist alles noch in Ordnung Ist alles noch easy Ist easy Uh, die Leute sagen zu mir Crowe, der Genie in der Float wieder Ich höre auf zu singen, ich kann nicht singen So, wir machen eine kleine Klitzekleine Plattform Für unsere Zombies Denn hier baue ich jetzt mal Ich werde jetzt erstmal die Holzacke noch verplempern für ein bisschen Cobblestone, sagen wir mal, warte mal, 6, dann da noch 2, ich überlege gerade, äh, 8, ähm, machen wir noch 3, machen wir noch 3, machen wir, äh, 6, machen wir mal 14, machen wir nochmal 14 Cobblestone, 17 Cobblestone, okay, machen wir nochmal 17 Cobblestone, ähm, nämlich einmal für die kleine Erweiterung davon, damit wir da ein bisschen mit den fighten können. Na, obwohl wir können, theoretisch, warte mal, ja, machen wir es mal so, ähm, machen wir es mal 20, dann mache ich ein paar Zäune, Zäune haben wir noch da, also, äh, Steinzäune, zumindest Cobblestone-Zäune, und dann können wir unseren ersten Mobkampf erledigen, yeah, motherfucker, so, komm, ich brenne darauf, die jetzt zu töten, okay, sie sind immer noch da hinten, das sind 2 Zombies, glaube ich, sind das, das könnte auch unsere erste, unserer erste Nahrung sein, aber ich werde wahrscheinlich nämlich erst mal in den Tod stürzen, ist zwar ein wenig cheating, aber, who cares, nein, da ist sie kaputt, schade, sulh, noch ein wenig, nein, da ist nichts mehr, so, dann raus hier, okay, oh nein, 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 spinne, 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 komm schon, langsam, nein, 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 du hast mich nicht gesehen, du siehst mich nicht, du nicht, du siehst mich nicht, nein 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 komm mal her so erstmal noch so dann noch so dann komm mal her mit den Sticks dann machen wir hier noch ein paar Sticks 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 Soundtor okay alles klar ich bin gewappnet für euch ich habe euch im Auge oh die Spinde ist so doof ich könnte mich jetzt töten einfach hier so runterschubsen oh mein Gott wäre zwar nicht so tragisch weil wir haben nur Cable Stone aber trotzdem wäre das ärgerlich okay so jetzt kommt man spät alles oh nein uns fehlt eine Steintreppe äh eine 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 Stufe meine ich what the fuck da hinten ist ein Enderman oder warte mal ganz langsam 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 das ist das schönes ach du scheiße ein Creepern auch noch oh mein Gott ich hätte das nicht bauen dürfen ich hätte das nicht bauen dürfen scheiße man oh fuck ich habe mich nochmal so 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 ich mache mir jetzt extra noch eine Holz äh schaufeli ach du scheiße meine Fresse nein 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 verdammt 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 ach los wachs wachs hier hat alles drunter und drüber oh mein Gott äh dann würde ich sagen wenn ich auch die Folge für heute aber erstmal noch 3 Cabo Stone ne 6 Cabo Stone schon komm schon komm schon komm schon komm schon schnell da die sind oh Gott oh Gott oh Gott ich will mir gar nicht ausmalen wenn die jetzt gleich da kommen oh Gott so brenne so 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 ist da noch was drin so so und dann würde ich sagen locken wir mal die Spinne an oh mein Gott lauf 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 so behindert ich kann nicht mehr Sprinten scheiße oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott da kommen schon die ersten Mops oh yeah motherfucker komm her komm her komm her komm her komm her meine Güter jawohl unsere ersten Erfahrungsküchchen komm her komm her komm her komm her komm her ich lass mich nicht verarschen Alter wo ist das fielen das fiel ist auf unserem Dach drauf WTF scheiße ah nein 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 komm her komm her komm her komm her komm her du heilige scheiße oh mein motherfucking Gott okay ich beende die Folge für heute äh bedanke mich fürs zusehen oh mein Gott ich muss mich beruhigen und ja bis zum nächsten mal tschau Vielen Dank.